So liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Skyrim. Ich bin der Axel und ich wollte hier immer noch, ach hier liegen ja auch noch diese komischen Hinterleib. Gar nicht daran gedacht. Dann nehmen wir mal die Rubine mit. Ich wollte hier mal was testen. Rubin und beschädigtes Ei, haben wir nicht. Rubin, Albino-Spinnen hinterleib. So. Aktivieren. Durchdringungskammer. Da kommt jetzt rein. Ach komm, den muss ich drücken. Da kommt, wir haben ja 6 Herzsteine, ist ja super. Ein Rubin rein und Salz. Richtig, war doch Salz. Dütütütütütütütütütütüt. Salz. Wie viel? Nochmal zwei. So. Rezeptexplodierende Flammspinne hinzugefügt. Und was jetzt? Äh, ist nur noch Salz drin. Könnte ich hier jetzt nicht irgendwas nehmen? Hallo? Könnte ich hier nicht irgendwas? Ich habe nur so ein blödes automatisch speichern. Wieso automatisch speichern? Habe ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Scheiß drauf. Ich gehe mal hier drüben lang. Mal gucken, was hier ist. Hier geht's nach oben. Solzheim. Ich glaube, Wulstling. Ist das hier. Rucksack noch. Die schwarzen Pfeile. Band 1. Das nehmen wir mit. Das können wir hier lassen. Okay, ne Sau. Leerer Streifen. Silberherz. Äh. Ja. Dann war's das hier auch. Hier ist noch eine Rubin-Dose. Nur eine Rubin-Dose. Ist echt nichts weiter. Nur ein paar Pilze, Rubin-Dose und so'n Kack. Na, guck mal hier. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Weil's hier drinne. Brauche ich zwar nicht. Das nehme ich gerne mit. Äh. Falschschnapp. Das nehme ich gerne mit. Salz. Ähm. Schlüssel erforderlich. Durch diesen kannst du nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Warum haben wir hier keinen Schlüssel gefunden? Warum hast du keinen Schlüssel? Du hast echt keinen Schlüssel. Finden wir jetzt einen Schlüssel? Ja, hier ist noch ein Tor. Ja. Ja. Kack hinterlei aber. Ähm. Serana, du hast hier doch irgendeinen Umiebox. War das der, der da oben liegt da ist? Oder hat sich hier irgendwas versteckt? Na, guck mal an. Hier gibt's ja noch mehr. Wundertrunk der Gesundheit. Trüllschädel braucht keinen Sau. Äh. Baja paying attention. Ein bisschen Gold. Menschliches Herz! Na super. Weiß mal doch gleich, was das Mädel hier gemacht hat. Guten Schlüssel. Schおい 모양es cambiar. Äh, kleiner Sack. ach die brauche ich doch gar nicht zu nehmen die scheiße seelenstein nehmen wir mit wenn er hier rumliegt waldhütte was bist du? exil der zusätzlichen magiker warum auch nicht? daten nehmen wir noch mit 25 gold ich wuss immer nicht warum ich das mitnehme brauche ich doch eigentlich gar nicht drück nur immer den falschen knopf gerade wein brauchen wir nicht wein nicht wein nicht großer sack ist hier alles drinne salz salz kohl nee kohl wollen wir nicht haben so sirana brauchst du ein bisschen Aufmerksamkeit verschnappt entschuldigung habe ich nicht eine mod installiert wo ich dich gar nicht treffen kann? bin mir jetzt gerade gar nicht sicher na gut jetzt haben wir ja auf jeden Fall einen Schlüssel na schauen wir mal ob ihr jetzt da rein könnt ob das überhaupt der richtige Schlüssel war ja weggesteckt und wir kommen raus wir kommen raus mal wieder in Salzheim liebe Leute ist ja schön ich habe jetzt habe ich jetzt drei oder vier von diesen komischen Dingens bummens hmm ich gucke einfach mal ob ich damit was anfangen kann was werdet ihr gleich sehen und wer mein Let's Play verfolgt der weiß auch schon woher seid ihr gekommen klasse sirana hättest du den nicht mal eher fertig machen können ich weiß gar nicht warum ich jetzt hier eigentlich in bildel also wenn ich aufnehme ich mach das eigentlich immer so in den Zwischenpausen ich weiß aber auch nicht warum ich das jetzt nicht mache ich rauch eigentlich viel zu viel wenn ich zocke er ist ekelhaft ähm auch alles voll mit Eier was hast du? uiuiuiuiuiuiui so tot Non-Albino-Schwinde Auch tot Die Missfücher kann man nicht mal looten Das Schädigte Ei ist auch weg Ähm Jetzt bin ich da rausgekommen und ich möchte jetzt Einen Moment Nee So Wir waren das letzte Mal War das hier? Kackrumiss Das Ding ist abgeschlossen Da war das bestimmt ja Kackrumiss Uah, Entschuldigung Das ist ja echt nicht mehr Ist ja ekelhaft Alter von Droddl Frostmohnschlucht Könnt man eigentlich auch mal hingehen Soll ich da mal hinlaufen? Pass auf, ich setze mir mal hier eine Markierung Knack Wo ist jetzt mein Feuerzeug schon? Ach, da ist es ja So, Markierung gesetzt Und da laufen wir jetzt erstmal Wo muss ich denn da lang? Ich muss eigentlich relativ gerade sogar Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Pferdchen rufe, aber ich glaube, das geht doch so Ein kleiner Trick Um über große Felsen zu kommen Einfach mit einem Pferd drüber rennen Dolle Sache, dolle Sache So, komm Siehst du denn sowas hier zum Beispiel? Äh, 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 äh Ach, alles klar Sehr schick So, Riecklinge klopfen Gibt's ja nicht, der hat mir was abgezogen Guck mal her Was hast du? Goit hast du mit? Und du? Du hast gar nichts Was? Ich was fast blauer Himmelsirana Du spinnst doch wohl So, ich geh mal hier hoch, hier oben dran Ach, das war Serana's Rieckling Naja, gut Was ich hier immer so seltsame Sachen machen muss mit mir hier Äh, äh, äh Ist ja gut Ich komm ja schon Forte, Serana So Komm, du fack in den einfach mal ab hier Brünn Was ist da? Wata, wenn wir denn Nix Einfach nur hier Aussicht genießen? Oh, was ist hier los? Oh, ich falle Alles klar Ist, ist Nix Hier ist echt nix Weiter Ein paar kleine verkackte Riecklinge Das war's Ich muss ja sagen, cool Seltsames Gefährd Und natürlich riesig Erstmal gucken, was wir hier Lündern können Heldsrüstung Das war's Truhe Adept Ach, das hätte doch klappen können Elfenschildflüte Totenschädel Totenschädel, der ziemlich böse aussieht Dat was? Noch irgendwo was? Ich höre doch ne Maschine oder so nen Kack Aber hier geht's nicht hoch Das ist doch Das ist Da kommt mal einer an Ein Drehmergefährt Ist ja witzig Gibt's hier irgendwo nen Eingang dafür? Ne, anscheinend nicht Na gut, dann gehen wir wieder nach Solzheim zurück Ist ja auch nicht weiter schlimm Und Was hat man jetzt? Was wir hatten hier noch? Was haben die denn hier aufgelagert? Das ist ja Stienhelm, aber das Elcheweil komm ich nicht an Guck mal hier Ostkaiserliche schieß mich tot Ach kacke Ach kacke Äh Verkloppen Verkloppen Für ein Endlos-Quest anscheinend Unika mit Gürtel Fass Was machen die hier? Ping ping Spiel hat sich aufgelagert Spiel hat sich aufgelagert Juppie Wir sehen uns gleich wieder So, da sind wir auch schon wieder Ich hab nochmal hier einfach mal neu gestartet Gut das wir gerade hier gespeichert hatten als wir hier rauskamen Äh, hab ich jetzt hier irgendwas verpasst? Ach, den hab ich da mitgenommen Scheiß Dreck Boni-Schnitte Dingens-Bummelens Was ist das hier? Schaufel Nix Riecklinghütte Da gucken wir noch mal rein Die Bella-Statue Ach komm die auch mit Wir können es ja Wir haben noch ein bisschen Gewicht Was wir Mit rumschleppen können Alter, da ich nicht so Scheiß hier Auf hier oben habe Hier Keine Sau Was ist es denn jetzt? Was kaiserliche Anhänger Blablabla Lange Schießkunst Gewicht 1 Ja, nicht mein ich hab ich So Weg damit Einfach nur weg damit In der Riecklinghütte Hatten wir jetzt auch noch nicht geguckt Nochmal Doch haben wir alles So Und ich schau mich hier mal um Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Wo bin ich jetzt überhaupt? Müsringpass Das ist ein Berg Das ist hier Da oben ist noch was Da oben ist noch was Da oben ist noch was Wo komm ich da hoch? Wo komm ich da hoch? Wo komm ich da hoch? Ich hör doch hier schon wieder irgendwas grunzen Serana Serana Egal was es ist Kummer dich mal drum Was bist du? Was bist du? Saphirdruse Was bist du? Was bist du? Rundum Erzader Ich weiß Erzader hier Saphirdruse Ich möchte auch da Oh 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 Das sieht nicht so gut aus So komm ich da irgendwie Ich muss doch da hochkommen Ne Ich kann nicht springen Ich kann nichts machen So komm schon So komm schon Oh da Oh da Oh da Ähm Wir haben Beschwörung Arwag Falsche Seite Da ist er Da ist er Hü hot mein Pferdchen Hü hot Hü hot Verkackter Bär Ich möchte da hoch Kummer noch So Haben wir hier ein kleines Special Absteigen bitte Was ist das für ne Ich rutsche runter Doch kein Special So Steigen wir wieder auf Kämpfen per Bogen geht nicht Ach Äh Per Bogen kämpfen Offen Dings geht nicht So Schneebär Alter Schneemann Du hast mein Pferd getötet Du Saftnaht Ich brauch eh noch ein bisschen Zerstörung hier Ja Brennen Achja Gibt alle schön Punkte Ist ja nicht so als ob das ein bisschen langweilig wäre Wenn ich hier stehe Mermu Das ist es doch schon Aber nur ein ganz kleines bisschen So Während ich hier die lustigen Bären brutze sag ich mal Danke fürs Zusehen Abonnieren kommentieren Like kennen Haut rein liebe Leute Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nenne. Bis dennis. Tschüüüüüüüüüü.